Schwester Sonja und ich werden jetzt einmal demonstrieren, wie man einen Wundverband hygienisch korrekt wechselt. Achso, ja, desinfizieren. Ach jetzt. Ach Schwester Sonja, dann nehmen Sie mir mal bitte hier die Uhr jetzt ab. Ja, das zieht schon mal ein bisschen. Aber wer so eine Operation überlebt hat, dem bringt doch so ein kleines Pflaster nicht um, Herr Petersen. Achso, ja, der Anfalleimer. Ach, das nehmen Sie sowieso besser raus, oder? Das sieht ja auch nicht so schön aus. Da müssen wir wirklich jetzt mal klotzen und nicht kleckern. Nee, nee, das geht schon, das geht schon. So, das muss jetzt noch mal kurz einwirken. Ach, da muss ich rangehen. Drä mal. Ja. Du, ich hab doch... Du, ich kann jetzt wirklich nicht, das Fernsehen ist da. Ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Das Verbandsmaterial ist natürlich steril. So. Zum Schluss noch das Datum. Und meine Unterschrift. Brä... Mer. So. Ja. Und dann haben wir's. Ja, die Herren. Ich kann schon wieder. Laufen wir schon? Ja. 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 Vielen Dank.